so hi und hallo mal wieder heute öffnen wir ein paar neue sticker booster und zwar von der neuen star wars serie ein multi pack wie ihr seht sind neun booster tüten da drinnen das ganze für 4 euro 99 und was da jetzt drin stecken kann da schauen uns natürlich jetzt mal an so wie ihr wisst ist das von den neuen star wars serie die bilder sind recht dunkel gehalten weil es ist ja eine dustere geschichte oma wieder ein glitzer bildchen noch eins und wo ihr das multi pack natürlich bequem bestellen könnt das werde ich natürlich immer unter dem video verlinken ein schrott produziert hoffentlich hatte ich den aufkleber noch nicht vorsichtiger einreißen wieder eine glitzer karte wenn ihr länger was von den bildern haben wollt immer wieder auf pause drücken wie ihr seht sind die bilder wirklich ziemlich dunkel gehalten das kommt von der story kommen nun wie ihr seht zum vorletzten booster tütchen wie gesagt wenn ihr sie bequem bestellen wollt und das video einfach nur schauen da werde ich den link darunter stellen kommen wir jetzt zum neunten und letzten booster von diesem multi pack ich hoffe ich konnte euch zeigen was da drin stecken kann und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu